Mein Name ist Julia Hammossen. Ich komme aus Lohn und bin 24 Jahre alt und bin Mitglied der Akrolonikas und wir fahren am Wochenende nach Worms zum Bundesfinale und unser großes Ziel ist es, im Juli nächsten Jahres zu der Wölzchenestrada zu fahren und da Deutschland zu vertreten, ein Teil der deutschen Delegation zu sein und unsere Show zu präsentieren. Die Fahrt dorthin ist sehr teuer und wir sind auf viele Spenden angewiesen und würden uns freuen, wenn viele Spenden von Ihnen zusammenkommen.